Hier auf, wo Aufsichtsvollgeld angekommen ist. Schon wieder? Hast du recht? Da kommt, da kommt Zombie. Mit, äh, Ding. Eisenspurt. Yo, servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fantasy. Ich muss zum Beispiel mal schön den Server betreten und, ja, ich hab mir noch keinen Skin. Wollen wir auch nicht. Irgendwie ein komischer Server. Was, denn, ja, ich bin gespannt, ob wir uns hier mal den Intererjoint. So, jetzt muss ich euch mal kurz abwarten, bis meine Anfangslecks weg sind, weil ich hab nämlich immer noch kein gutes Internet. Doch, aber mir ist so voll. Ja, aber trotzdem Slack beim Intererjoint. Ja, 32 Iron Ore, ich brate da mal raten, ein bisschen was dran. Ja, ähm, ich mach mir eine zweite Eisenhacke, also Eisenspurt, äh, Dings. Bin echt gespannt, was die anderen eigentlich schon zu haben. Wir müssen endlich mal Dias finden, um Dias später zu machen. In dem Moment annehmen wollen wir, der ist mein Verzauber und ich glaub, wäre wichtiger Grad, gell? Hm. Wie Dias haben wir? Keine. Ne, ich hab ja die Dias noch gemacht gehabt. Wie ist das, ne? Äh, die nehme ich mal mit, gell? Ja, wir haben auch schon anzudiert. Haben wir schon obsidiert? Ja, hab ich das. Schauertgen. Okay, dann heißt es, ich müssen zwei Tiers finden. Ich geh mal hier, guck mal, ich geh mal in die Schlucht. Okay, YOLO. Ich bin hier, was auch alle. Oh, ich bin dabei, 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 ich bin dabei. Oh, 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 oh. Oh, oh. Gelauert hat. Alter, und jetzt noch, ich bin dabei, aber das so beleuchtet, die ist Lava, ich sehe schon mal Gold, wenn ich doch noch mal ein bisschen Dias bringen. Alter. ich werde fast gestorben was passiert was passiert ich bin so verfaktes loch eingeflogen hohe bitte wissen ich bin jetzt nicht auf den ersten Lernkern zu holen vor allem steht zwei Minuten und das so verständlich ist aber nicht nicht schreibt er auf 10 Minuten jetzt noch damit überziehen das Handy das er hätten beide beinahe auch schon oder ich werde auch fast gestorben ich bin aber guck auf die aus dem Land er ist nicht mehr von hinten kommen ich will einfach mal 14 Minuten das nicht überziehen und jetzt immer noch ist aber auch einmal setzen und gucken dass du nicht das ist ja das nicht mehr da war drauf der Fisch gestorben da muss man richtig gut aufpassen jetzt der Einrichter schon draußen zufrieden ist genau ich trau die Tengelung es geht er wird es auch nicht bestellen werden jetzt ein Rüstung ich werde es jetzt haben erst mal bis kohle abform das war hoffentlich herrn abbekommen in der stadt auf uns in die man sich der hat schon ein tut sich nicht so aus was mit den tor mit intim und fähig heißt das mit der mir so oder so ich habe gott mit der gold apple kommen wir immer gebrauchen ja ich würde sagen dass man auf die op gold apple sparen oder besser und wir gehen nähte und machen uns heilungs trinke also mit denken kenne ich mich überhaupt nicht aus und ich weiß gar nicht jeder von schaden meter portal eine ahnung ich frag habe meine kommt die bau mir aber erst mal ein stopp so ein eigenes klar so und ich glaube ich nicht glänzt diese folge noch mal diese folge ist nun nummer drei bei mir und jeder fragte wahrscheinlich jetzt was ist mit folge zwei passiert um folge zwei spiel ist kann ab die kommt ich habe ich noch nicht und die dritte oder gesagt für die folge kommt dann bei jürgen wieder das ist jetzt hier die dritte wenn ich mich unterschiedlich auf und hier verständlich er hat ja weil das war das wird uns bald so viel an mir jede folge an aufnehmen tun und da am sport auf der sportlich schon und das ist ein das heißt aber auch wenn man keine Gedanken mehr zu machen dann auch auf sie gehen zu verschwinden man kann er gut leben beendet auch verschwindet der dort war zu da alle da ist auch die fahrt ziemlich hoch das man drauf geht ja das ist alles wäre nicht für mich wenn ich für mich als gehe ich mal rein wenn ich mal wieder vorliegen ich habe mir jetzt nicht aber auch nicht wir müssen erstmal die hürde hier ein bisschen kunden wir wissen auch an demnächst auch vorausgehen aus der hülle nicht dass jemand denkt äh und zu näher zu kommen ich denke auf uns hier ist dann das alles was ich war immer einen tag vorher zu ziehen und vor produzieren sich eine folge und für mich für folge oder zwei folge ja die hohen die nachdem wie das kommt heute aber meine folge morgen erst hoch kommt also rauskommt also heute wenig die aufrufung vollkommen kommt schon wieder was machst du und da kommt so ein Witz er hat er denkt es ist was ich bin in der in den nächsten Acht alle eine überlege ich nicht lang aber ich habe einen unfächigen Wunder das Teamunfähig nehmen immer dass die unfähig gewinnt 8 8 das ist immer der so als praktisch die großen YouTuber er kommt mit sieben die Welt der Gewinner kriegt sich die er auch mit zum Beispiel Prozent umsetzen was das war eine Idee eher auf uns zu tun machen ich weiß ja halt ne Idee ich bin und wir haben aber auch schon empfehlen dort am Kielböckchen ja und dann noch ein Arzt nun noch nicht warm ich weiß aber dass ich da bin ich gerade das ist nämlich nur sehr viel eisen johannes und ich bin ja doch eins und wenn es um den Rüstungszeit kaputt geht oder sowas aber ich bin mir hier möchte oder vielleicht Prozent Stimmel kann man was muss ich bin zum Beispiel der Berliner Anerkennung zu hören ich muss nur das Verzaubern es wird dann ein paar es ist erst mal jemanden finden in zwei Teebel wenn man nicht haben kann man das eh vergessen ich habe ich bin ich bin wasser wurde von uns um so wie auch direkt direkt ich habe noch das ist die geringen ohr schock schock hat gar nicht ich habe es gelöscht und dann kam das dreckiger zombie auch nicht zu er ist dann gott sagen verbrannt und sich verreckt die dünne ich habe auch keine fackeln macht welche aber jetzt ist es auch egal und ich habe mich hoch jetzt nicht alle die höhe noch weiter ich bin ziemlich lang geradeaus gelaufen hat nur durch die hülle durch ausgelöchtern okay das ist irgendwie bei mir immer so ich weiß nicht warum ich mach es einfach so ich habe 46 eisen schon wieder ich hab mir gerade als jetzt auch ich habe keinen bogen ich habe mich auch noch nicht jetzt wo ich mal brauch da fällt es einmal auch auf dass man nicht hat okay die höhe ist erforscht die so ja das ist das gute Fakten hat man sich halt nur schon erforscht ist aber hier bin ich durchgekommen so als jeder Name hatte ich dann nicht ich hab dann gesehen schon was wichtig steht ja das hat sich nicht noch ich kann auch bis da oben irgendwo ich komme ich so bist du zurückkommen die Aufnahme geht noch sieben Minuten mit dem 8 Minuten minimal machen ja maximal maximal ja und wie er hat wird weil dann werden wir jetzt auf 14 Minuten stellen es waren keine vier Minuten wo man so höchst eine Minute oder ja egal also bei 14 minuten also ich hab auch an ihm nur kohle am schule neue höhle also ich hab nur drei herzen die ganze zeit ich muss trinken was machen ich habe eine schlucht gefunden die ganz schnell aus dem bingos kommt wie woraus ja auf die oberfläche als er die die habe ich von oben auch schon mal gesehen gehabt auch ich bin unterhaltig doch wieder dass ich ein skelett ich wieder weiß so ich muss schon mal abfahren egal ich muss auch gucken dass er eben auch noch bevor die aufnahme endet wieder bei dir dann bin fach ist ein stein um mich hochzubauen durch abfahren die verfolgt dass wir spontan eingeladen wurde mhm ich meine es ist halt ich wahrscheinlich ist es ziemlich nah an baro dran aber ich meine warum sollten ich meine die youtuber nicht den sparsam so ein Projekt zu haben was ich nicht achten aber nicht so ein baum dass ich nicht unterfallen kann unsere Kugel zurückkommt wenn du mein Name aussieht ist es gut ich bin ich jetzt bei der Wäsche und ich sehe den Namen doch da da ist der Name das ist die paar Kriper Mann Kriper Mann du sollst alle Anni da bist du ach es sind von mir ja jetzt damit in der Nähe ich glaube ich bin kein Ding ausleuchten so ich bin bei der Welt Prozent er ist noch kurz Zeit haben er für genug ja gut dann hat das aber noch Zeit nämlich fackeln mit ich bin was haben ja ich habe ja was aber ich habe was er wohl geht über irgendwo gelassen egal Ich komm jetzt wieder zu dir runter. Oh, oh, oh. Dann geh mal in die Höhle. Oh, Zombie. Dann geh mal in die Höhle, die ich da eben gesehen hatte. Komm mit. Oh, Skilett. Au. Nein. Alter, wo komm ich denn her? Andi. Das ist noch meine ich. Ich muss noch dringend zum Boden. Oh, geh weg. Kein Problem. So. Hier, kommst du? Kommst du mit? Ich geh gerade wohin. Hier, einfach da runter. Das Wasser runter. So, jetzt hab ich das Wasser auch mit im Eimer. Weiter runter. Das Wasser. Hier, komm mal mit. Hui. Oh, hast du gehört. Verscheiden. Nee, es war eine Blume. Wie? Ja. Hier, kommst du? Oh. Da, 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 da. Oh, weg hier. Komm zurück. Ich bin da, ich bin da. Oh, scheiße. Kommt die alle her. Oh, 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 oh. Anni, Anni, Anni. Okay, mal. Cuz. Das war hier auch keiner Bellenheit. Yan, man hat so sehr viel hier. Kommt. Mannestein. Ich habe zwar schön angekückt. Ich habe einen Zug. Aber ich gehe mal in elle, wenn ich nicht mein Leben nehmen kann. positifisch. hier ist nämlich gleich in die höhle na da hoch Reikerts da unten Ohr das war der Gewalt der Sprung aus Lava auch ich glaube Oha Oha okay Eisner Form die Neuigkeiten und das ist gefährlich soll ich darunter gehen aber ich gehe darunter das ist richtig gefährlich dran oder einst mit zu kommen immer zu schießen und ich bin im Arsch d Puh wo hat er schon Lava ja da kann ich hier unten bleiben hier unten ist noch eine Höhle hier geht es noch mal weiter ja ich hier oben müssen wir abfarben erstmal noch ein bisschen ich fixiere mich jetzt gerade erstmal nur wirklich auf die Diamanten ja zwei brauchen wir mindestens und dann höre ich noch vier dann wir brauchen also anfangen für den Anfang ja dann können wir schon mal Eisner Sachen verzaubern gut gut ja aber gut wir hätten dann auch irgendwann schon mal was was bezaubern können weißt du ja wenn wir schon mal ausgerüstet ich habe ja schon ein 20 Level ich habe 20 aus dem wenn wir nur auf Level 1 verzaubern können wir hoffen dass Schutz 1 rauskommt dann ist das auch so gut wie äh dir glaubst du ich glaube immer so ein bisschen rum und wir hoffen dass ich irgendwo Diamanten finde ne hallo oh soll ich unten alles zubauen von der Lava weil dann kannst du hier auch runterkommen ne ich ich tue hier oben noch weil hier oben hast du mir noch voll das verzwickte Höhensystem noch ok also jetzt nochmal und was haben wir für eine Karte halt ich will dich unendlich wir haben hier die beste Öle gefunden leider aber nicht so viele Diamanten oh wir sollten gleich aufhören ist soweit ja noch 50 Sekunden ja dann mach schon mal Absage ja ok dann danke ich mich jetzt schon recht herzlich fürs Zuschauen äh hoffe euch hat der Partner wieder gefallen auch wenn wir grad nur am Anfang nur ein bisschen äh warum machen das ist wohl eigentlich nicht so interessant ist aber trotzdem das braucht man und oh Gott da kommt schon wieder scheiß so bieten nein ja dann lockt sich doch aus wir müssen nur eh am Ende wir müssen doch eh aber in dem Auslockbildschirm auch Namen beendnen ah dann lasst den Partner positiv werden da und man sieht sich bis zum nächsten mal haut rein ciao ciao tschüss